ein tossbruder mit 126k macht mit 34.636 games sind wir mal gespannt was wir hier ziehen ein wiedergänger wow wiedergänger neu ein traghax langsam tschüss so jetzt darf ich wieder ich bin weiter mit schreiber jetzt kann ich wieder lass mich neu ja ich kann es doch ja da habe ich kein zeit mehr zu aufräumen weil ich war ja nicht vorbereitet ich habe das dumpfe gefühl dass man so gut ein argsbane sukobus zwei galat noch ein galat noch ein galat warte noch ein galat das wäre mir lieber wenn es legende wäre ja ja wie die galat ja 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 da muss man sich schon fast schämen eintritt ein baum ein bäumchen schnitt holz ein galat ein todesrieder ein druide galat galat nr 7 noch 30.000 ein phantomgeppich ein pk einmal horst einmal horst das war gut ja ich habe das dumme gefühl dass man auf dem account ein bisschen öfters aufräumen müssen ja das ist natürlich noch ein paar einser solange wie es geht galat komisch viele galats galat unglaublich das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht blaue sauer aber nur dann raum halte mal auf naja aber das ist mit der ernsthause glaube ich im Moment ne hat nicht wirklich Sinn für die 3SL besser gelaufen halt 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 genau ja das ist ja das ist ja was mit dem grüne Mann schöne Schubtauger so der grüne ist leider weg so weiter gehts Hexenmeister Gut Fehlt Zehn Ich habe heute alle gezogen Noch mal der Hexenmeister Sehr gut Ist er bereit für den Doppel-Evo-Band Bereit für Evo erst mal Das habe ich noch nicht Champion Wir sind auf dem Tour-Account Das ist doch der Account Wo gar nichts läuft Mit den Rolls manchmal Bei dem Account habe ich Auf Macht-Push verzichtet Da gibt es keine Macht-Push-Helder Da gibt es nur Helder, die wirklich gebraucht werden Die sind in der Base und sonst nichts Gar nichts Kein Doppelte, kein Dreifacher Kein Macht-Push Nur Helder Das ist der Account, wo ich gesagt habe Ich versuche es mal zu gucken Wie man ganz normal spielt Ohne irgendwelche Beschleunigung Und ja Der Fleiß fehlt noch Ich muss gucken, wie das geht Ich muss sagen Einser bringt du gar nichts Irgendwie habe ich gerade gemerkt Das ist doch ernst Das ist schlimm Wir haben zum Beispiel nichts mehr zu verkaufen Nein Verbrauchbar nix Nix drin Dann fangen wir mal weiter an Dann hat es mal wieder Platz Und Tragachs Tragachs, den haben wir doch schon immer gehabt Ninja und Kürbishexe Kürbishexe Boah, alt Ninja Und Kürbishexe Und die Trixie Ja Fehlt Sehr gut Freut es mich Noch 5 Trixie und der Hexer fehlt Körnert Körnert 11 Phantom König der Horst P.K. Nummer 2 Der P.K. braucht ich glaube ich die Evo Krön Ninja Nummer 2 2 2 Galats 2 1 Kommen wir zum Sohn noch geben wir es dazu Ach ja Warte mal Warte mal jetzt bis wir die Gäms haben Guck mal So Ich habe jetzt den Strich gemacht für die Hilde aus der Karate oder? Naja Aber du hast schon besser gehört gelaufen wie auf dem Tor Aber die zwei Bei denen zwei haben es auch bei dir immer Ja Immer dieselben Ja Bei denen läuft es immer voll gut Und bei denen ist es immer so komisch Ich weiß auch nicht Hades und Leta Latana sind ehemalige Payaccounts und God of War und Toast Brothers sind reine free to play Und das ist schon öfter der Fall gewesen wenn es nicht nur einmal gewesen wäre Elektriker Steine Ich will einen Elektriker haben und nicht nur die Steine Ich habe eben nur Elektriker gesehen Ja Ich habe am Anfang aber dann habe ich Du hast ja den Finger davor Elektriker sehen Steine wieder Ja Wenn ich noch um Molta Steine Immer Steine Steine Warte Bis jetzt noch gar kein Hirn mehr ist Es ist geschenktes Material Eben Eben Dass man überhaupt Bis jetzt alles Glück gehabt hat Wahnsinn Ich bin nicht beklagen Absolut nicht Ich hätte es nicht geglaubt Dass ich so viel Glück habe dabei Also ich habe mit Anubis Habe ich halt mit Sicherheit Nicht gehofft Daran zu denken Ich habe noch gedacht Es wäre schön wenn er kommen würde Aber Wirklich Hoffnung habe ich keine gehabt Ne So Dann haben wir es Das war es für heute Kommt drauf etwas Okay Okay Warte kommen wir Ach wir haben ja Wir haben noch den Held aufzumachen Wir haben die Tricks hinten aufzumachen Und den Hexern aufzumachen Ah jo Und auf dem anderen Account Wel normalerweise noch der Dings gewesen Der Arktiker Den machen wir auf Den haben wir auch noch nicht aufgemacht Den machen wir auf So das machen wir hier Aber nicht im Video Weil da geben wir den Datenpreis Ah jo Der Hexer ist viermal da Da muss ich den schon haben Da dreimal Drei Mal Guck mal Ach du Scheiße Warte mal Der Wiedergänger Achtung Geh mal Geh mal auf der Hilde Altar Sei so gut Jetzt bin ich mal gespannt Was das Guck mal noch Wiedergänger Tricks ist da Wiedergänger ist auch da Kannst du evolieren Hexer Du musst auch noch da sein Da ist er Da ist er Also Tricksi Hexer PK Der müsste auch da sein Ja Den habe ich glaube ich auch Ja Da ist er Der ist schon doppelt Der ist doppelt Evo Also liegen zwei Bäume Evo Tricksi Ja Tricksi kann ein Evo Sehr gut Ah doch dann hast du es doch schon ein paar Bisschen gedauert Ja Ist das mein erster Hexer Warte mal Ich glaube es aber nicht Kannst du mir das vorstellen Oder doch Doch Ah ja wir sind noch ein Toastbrotter Ja Was ist das Toe da Alla Dann kann er ein Evo Wenn genug Ruhenpunkte Aber im Moment mache ich ja Bereit ich immer Lava Timpour Deswegen habe ich ja da 816.000 Ruhenpunkte Weil pro Evo brauche ich ungefähr 300.000 Ruhenpunkte So Ich muss der PK Äh ne PK nicht Ich muss der Wann muss ich in die Evo schicken Golem Den haben wir auch nicht gezogen Kann ich nicht Der ist in Der ist in Evo Der ist kein Der Schnitter Der Schnitter muss Der Schnitter muss in die Evo Der PD muss in die Evo Und die Walle Du hast glaube ich noch eine Walle dabei Die mir auch noch Oder muss der Eros in die Evo Nee Da Die Walle Die Pixie 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 Ich meine auch Da wäre eine Walle da Der 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 Brasas mache ich Äh Richtig aus Auf Ähm Da bist du doch schon zweimal Zweimal Äh Da ist du noch nicht im Ding Im Händen Nein Ich kann Ich Die geht in Evo Da geht nämlich Die 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 Walle in Evo Dann geht Der Schnitter in Evo Und der PD in Evo Die drei Na gut der geht aber noch Bis aber